Delta Sierra Echo an Kommandanten. Nähere mich dem Zielgebiet. Willkommen in der schönen Stadt Bialystok. Scharfe Architektur, was? Ein verstümmelter Notruf meldete Nordkräfte auf dem Anmarsch. Ich hab kein Kontakt zu Shepard, aber ich bin mir zu 99% sicher, er würde dir befehlen, Bialystok einzunehmen, bevor es die anderen tun. Verstärkung kommt, aber ich kann dir nicht sagen, wann. Du bist dran. Lass sie tanzen. Willkommen zurück zu Commander Conker Remastered, zu einem neuen Part. Oh, da kommt noch einer. Also unsere Aufgabe ist es ja, verteilen Sie sich gegen die Ankara um die Stadt. Ich denke mal, dass wir dann erstmal die Stadt wahrscheinlich finden müssen. Übrigens spiele ich auf leicht erstmal, weil ich hab das auf Mittel überhaupt nicht hingekriegt. Das ist nämlich doch schon ganz schön schwer, also ich hab so die Unterscheidung geschätzt. Ich werde es irgendwann auch nochmal auf normal auch mal ausprobieren. Aber jetzt hab ich es erstmal auf leicht. Ich glaube, in der dritten Mission, da kann ich nicht überhaupt nicht damit klar. Normal, da bin ich immer wieder abgekratzt. So, dass ich dann nachher schon richtig genervt war. Okay. Verstärkung sind eingetroffen. Jawohl, Sir. Schon dabei. In Ordnung. So. Diese Stadt hier sollten wir. In Ordnung. Oh, ja, 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 ja. Schon dabei. Ach hier. Jawohl, Sir, reicher auf. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. Bestätigt. Also, wie ich's verstanden hab, sollen wir hier diese Stadt hier besetzen. Reicher auf. Jawohl, Sir. Ja, und. Jawohl, Sir. Sie sind sehr stark gegen diese Truppen, ne? Bestätigt. Jawohl, Sir. Einsatzziel erreicht. Wow, okay, das war jetzt wirklich leicht. Kriegsopfer Bialystok. Noch gestern eine glückliche Gemeinde von friedlichen Farmern. Heute ein Schlachthaus. Ein weiteres Zeugnis der geisteskranken GDI-Angriffe auf die Menschheit. Ein weiteres Dorf, das dem Erdboden gleichgemacht wurde von der GDI und ihrem fehlgeleiteten Anführer, General Mark Shepard. Ist klar. Und welches Verbrechen musste Bialystok begehen, um so gestraft zu werden? Zuverlässigen Quellen zufolge war die GDI sicher, dieses harmlose Dorf sei verwickelt in die Herstellung und den Abtransport von Tiberium. Wann wird dieser Wahnsinn enden? Wohl erst, wenn General Shepard und seine Vision von der Weltherrschaft gestoppt sind. Das war Greg Burdett, Bialystok. Schnitt! Exzellent. Nur noch einmal in Französisch und Englisch. Ich will, dass 300 Kopien gezogen und verschickt werden an alle europäischen TV-Sender. Wir haben den Satelliten noch für 10 Minuten. Läuft die Kamera etwa noch? Ich muss ja sagen, ich finde, die hätten diese Einspieler auch überarbeiten sollen. Das finde ich ein bisschen schade. Die haben gar keine Verluste gemacht. Okay, Leute, das war es in diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal in Commander Conker Remastered. Genau. Tschüss!